Ja, wir haben hier die Schreibtischleuchte von Absolut. Sie ist eigentlich die kleine Schwester in der ganzen Absolut-Serie, die kleine Schwester von den Stehleuchten, hat den Vorteil, dass man sie eigentlich auch mit einer Hand bedienen kann. Man braucht auch keine Schrauben irgendwo nachzudrehen. Die Gelenke sind so genial gefertigt, dass sie eine selbstklemmende Mechanik innen haben, die sich immer wieder selber nachjustiert. Die Gelenke lässt sich schalten durch einfache Berührung. Man kann, wenn man sie länger berührt, verschiedene Lichtstärken einstellen. Hier oben lässt sich natürlich auch verstellen, jede gewünschte Positionierung. In dem Fall haben wir 50 Watt. Im Regelfall vollkommen ausreichend, um zu beleuchten, wenn man am Schreibtisch sitzt oder vielleicht auch ein Buch liest. Und dann in der Fall ist der Fall der intensity. Wir sehen uns auf die Aus biggeste Ebene. ! Im Regelfall... Da gibt es nicht mehr als ein Buchstärken. Wir sehen uns auf die Menge, aber nicht mehr als die Spiele. Wir sehen uns auf die Zeit, wir sehen uns auf die Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf die Gegend, kommen die Schreibung ist erst mal ein bisschen zurück. Wir sehen uns auf die amigo approaches zu dem Kollegen, wo es Humans gibt und auf die Nachricht gibt. Hier sehen uns auf die Zeit. Vielen Dank.